Ein ganz, ganz herzliches Willkommen, lieber Prof. Dr. Max Otte, zu einem neuen Interview hier auf unserem YouTube-Kanal. Es geht heute um Ihr neues Buch, was ich hoffe Bestseller werden wird. Das ist eine neue Auflage. Ich halte es mal direkt in die Kamera. Die Krise hält sich nicht an Regeln. 99 Antworten auf die wichtigsten Fragen nach dem Corona-Crash. Und ich denke, die meisten Menschen kennen sie mittlerweile in Deutschland. Trotzdem möchte ich zwei, drei Texte sagen, damit die, die zum ersten Mal das Video sehen und Sie und mich hören, doch ein bisschen mehr Appetit bekommen auf das Buch und vor allen Dingen, was in dem Buch alles drin steckt, was uns alle angehen sollte, denn es geht letztendlich um einen Umbruch, einen massiven Umbruch, um eine Systemkrise, ja, um ein neues Finanzsystem, eine neue Finanzordnung, ja, und das muss uns alle angehen. Und ja, Sie schreiben, mit der Corona-Pandemie, die wir ja nun alle erleben, ist endgültig der Ausnahmezustand eingetreten. Und Sie sind bekannt auch als ein Krisenhelfer, also nicht nur ein Kritiker, sondern auch ein Helfer, der für die Zukunft auch eins hat, und das ist auch mein Ziel, wir müssen uns engagieren, dass was zu retten ist, zu retten ist und dass der Wohlstand uns nicht ganz abhanden kommt. Ja, und deswegen nochmal ein ganz, ganz herzliches Willkommen. Frage, lieber Herr Dr. Max Otte, was war die Motivation, jetzt eine Neuauflage dieses Buches zu machen? Also es ist keine Neuauflage, es gab den Titel schon mal vor zehn Jahren, der Verlag sagte, wir können das vielleicht nochmal aktualisieren, aber es ist nicht aktualisiert, es ist ein neues Buch. Es ist ein neues Buch, was jetzt rauskommt, 80 bis 90 Prozent sind neu, denn in den zehn Jahren hat sich so viel getan, dass es tatsächlich der Inhalt komplett neu geworden ist, fast komplett neu. Es ist die Fortführung meines Bestsellers von 2019, Weltsystemcrash, der war 600 Seiten dick. Dieses Buch ist etwas dünner, es hat eben diese 99 Fragen, es ist dadurch leichter verdaulich. Und natürlich beschäftige ich mich mit der Corona-Pandemie in einem Kapitel, was dazu führt, dass ich das Ganze bei Twitter nicht bewerben darf. Denn die Geschäftsbedingungen von Twitter sagen, auf aktuelle Ereignisse, Ereignisse, auf kritische Ereignisse soll man nicht Bezug nehmen, beziehungsweise Twitter kann Werbung sperren, die sich auf aktuelle Ereignisse beziehen, was natürlich absurd ist, denn die Leute brauchen oder wollen gerade in dieser Phase natürlich auch wissen, was ist mit unserem Geld, wie funktioniert unser politisches System, wie funktioniert das politische System. Und das ist halt hier in diesem Buch eine Sache, die kann man dort etwas ausführlicher machen, als wenn man jetzt im Interview nur spricht. Also man kann tiefer bohren, ich bohre tiefer, woher kommt dieser Ausnahmezustand? Das zeichnete sich ja ab. Es gab ja schon Krisen mit Viren, vorher 2003 SARS, 2008, 2009 Schweinepest, Vogelgrippe, 2014, 15 Ebola. Also es ist auch nicht das erste Mal, dass ein Virus uns in Aufregung versetzt, aber diesmal hat es halt wirklich zu globalen Maßnahmen geführt, mit einem Lockdown der globalen Maßnahmen zu einer Systemtransformation soll es vielleicht führen. Und das möchte ich ein bisschen in der Tiefe beleuchten. Ja, und ich finde es großartig, dass Sie auch wirklich in die Tiefe gehen. Ich habe in Ihrem Buch schon gelesen, Sie sprechen auch die Rockefeller Stiftung an aus dem Jahre 2010. Also Pandemien gab es ja immer schon und auch mit gewaltigen Auswirkungen. Aber es ist ja doch verblüffend, dass schon seit vor zehn Jahren im Prinzip dieses Virus aus China, Sie gehen gezielt darauf ein, eigentlich schon ja politisch bekannt war, welche Auswirkungen das auch für die Wirtschaftspolitik für uns alle haben kann. Aber wie ist es aus Ihrer Sicht zu erklären, dass hier Politik in vieler Art und Weise das Thema nicht so aufgegriffen hat und rechtzeitig gehandelt hat? Vorsorge zu treffen vor allem. Ja, man sprach ja immer davon früher, und das waren linke Kritiker oder auch der Chefvolkswirt der Bank für internationalen Zahlungsausgleich der Simon Johnson, dass die Finanzierung die Politik gekapert habe. Also, dass man qua Lobbyismus Politik macht. Und da kann ich mich hier des Eindrucks auch nicht erwehren, dass die Politik gekapert wurde, überrascht wurde, überrannt wurde von der Lobby der Internetunternehmen, auch der Impflobby und so weiter. Noch im Februar letzten Jahres sagte Jens Spahn, also Mundschutz bringt nichts und wir sind gut gerüstet und auf einmal kippt das. Und jetzt wird der Lockdown verlängert und ich habe von jemand anderem gehört, dessen Kunden immer hoffen, dass das beim nächsten Mal aufhört. Und dass sie sagen, jetzt wird noch einmal verlängert und danach geht es weiter. Also, es sind ganz starke Interessen, die uns unsere Wirtschaft in Richtung Digitalisierung drängen wollen. Die Digitalisierung ist ja auch erstmal nichts Schlechtes. Davon leben wir beide auch gut und wir sind eigentlich gut positioniert für die Digitalisierung. Aber man braucht natürlich Spielregeln dafür. Und die sind im Moment völlig unklar, weil jeder macht, was er will. Die Politik macht mal dies, mal jenes. Und insgesamt haben wir eben einen Ausnahmezustand, dass vieles am Parlament vorbeigemacht wird. Das ging mit der Finanzkrise letztlich los, mit der Euro-Krise hat sich das verschärft. Dann kam die Flüchtlingskrise. Es gab viele Krisen, die am Parlament, am Souverän, am Volk vorbei letztlich gelöst wurden. Und das geht im Ausnahmezustand natürlich am besten. Und im Ausnahmezustand, deswegen muss auch kein Crash kommen der Börsen. Wir sind bullish. Wir sagen, Leute, kauft Aktien, kauft Aktienfonds. Also, natürlich gut beraten und in der richtigen Mischung. Das muss man immer dann auch im Einzelfall sehen. Aber grundsätzlich sagen wir, die Wahrscheinlichkeit, dass die Aktien steigen, ist relativ hoch, weil wir auf eine Neuordnung des Finanzsystems hinauslaufen. Das heißt dann, dass Schulden gestrichen werden, das heißt, das Vermögen gestrichen werden, also Bankguthaben oder weginflationiert oder was auch immer, während Sachwerte, Realwerte, Aktien, Immobilien erhalten bleiben. Und man kann eben in so einer Situation wie jetzt nicht nur die Digitalisierung vorantreiben, nicht nur natürlich die Impflobby vorantreiben, also ich will das gar nicht medizinisch werten. Ich will es nur von den Interessen her werten. Man kann aber auch die Neuordnung des Finanzsystems vorantreiben und all das passiert. Ja, und das ist auch eine schöne Überleitung zu dem Thema 1957, Deutsche Bundesbank. Sie schreiben es in Ihrem Buch, hatte ja eigentlich immer das Ziel, auch die Geldwertstabilität irgendwo zu sichern. Ja, das heißt also, die Sparer, die normalen Sparer und Anleger, das ist ja die Mehrheit der Menschen in unserem Lande, dass das Geld und die Geldwerte geschützt werden. Aber das ist ja nun Schnee von gestern, das passiert ja in keinster Weise mehr. Im Gegenteil, wir erleben zurzeit eine Zeit der Nullzinsen, der Straf- oder Negativzinsen. Und welche Auswirkungen sehen Sie da aus dieser Sicht, auch aus der Sicht des Vermögenserhalts oder auch des weiteren Vermögensaufbaus, das ist ja wichtig für die Zukunft? Ja, also meine Schlussfolgerung ist auf dem Konto, ist das Geld, was Vermögenserhalt mittel- bis langfristig angeht oder Vermögensaufbau absolut falsch, weil da garantiert ein Vermögensverlust stattfinden wird. Genauso bei vielen klassischen Lebensversicherungen, genauso bei Pensions- und Rentenansprüchen. Das heißt, man muss investieren. Mein erstes Buch zum Thema Investment war 2000, das Buch Investieren statt Sparen. 2016 komplett neu rausgekommen. Das heißt im Prinzip, natürlich muss man sparen, um was investieren zu können. Aber wenn man es dann auf dem Sparkonto lässt oder einen Sparplan, also in ein Lebensversicherungsprodukt steckt, dann wird es wahrscheinlich nicht mehr. Man muss es also wirklich investieren in Aktienfonds, in sonstige Werte, was natürlich Sachverstand voraussetzt. Aber die alte Welt, dass man sein Geld zur Bank brachte, ein paar Zinsen dafür bekam, zumindest Vermögenserhalt hatte, die ist lange vorbei. Und das ist auch geplant und gewollt so vorbei. Ken Rogoff hat schon vor zehn Jahren, ehemaliger Chefökonom des Internationalen Währungsfonds, Professor, Harvard-Professor, Schach-Großmeister, eine aus meiner Sicht diabolische Figur, weil er auch die Abschaffung des Bargelds vorantreibt und viele andere Dinge und da völlig kalt rangeht, ohne Rücksicht auf den Menschen. Aber er findet Gehör. Also Ken Rogoff hat schon vor zehn Jahren vier Prozent Inflation vorgeschlagen. Und die kriegen wir nicht. Also geht es jetzt in Richtung Negativzinsen. Aber eins ist klar, Sparguthaben können den Vermögenserhalt nicht sichern. Und die Menschen unterliegen da einer Illusion, weil solche Guthaben eben kaum schwanken. Fühlt man sich sicher, Aktienbörsen schwanken, das löst Emotionen aus. Fonds können schwanken, das löst Emotionen aus. Aber letztlich ist der einzige Weg, langfristig Vermögen zu erhalten und aufzubauen. Ja, und dann ist natürlich auch die Frage, wenn wir mal den ganz Großen oder den Big Reset mal nehmen, der, Sie schreiben ja auch darüber, bevorsteht. Ich habe gelesen, ein Drittel der Deutschen haben gerade mal irgendwie tausend Euro übrig, um zu überleben. Also die Mehrheit hat überhaupt gar kein Vermögen oder nichts angespart. Und wenn, dann liegt es eben auch noch komplett falsch. Oder anders gesagt, in der Entwertung, in der Enteignung. Und Sie sprechen auch davon, klar, wir müssen uns auf die Sachwerte fokussieren. Was ist Ihrer Meinung nach der Grund, warum viele Menschen immer noch so viel Angst vor der Börse, vor der wichtigen Kraft auch mit Renditenvermögen aufzubauen? Ich habe vor einiger Zeit mit einem Geschäftsführer, das ist noch nicht ein paar Wochen her, eines verbundenen Unternehmens gesprochen. Die ist in Bayern sehr groß. Und der ist auch seit 30 Jahren an der Börse. Also wir haben die Börse mit dem Börsengang der Telekom entdeckt, 96. Dann gingen wir direkt vom Sparbuch, ging es ins Zocken. Und dann wurden riesige Renditen gemacht, zwei, drei Jahre. Und dann platzte das alles. Und dann ging so ab 2005, ging es langsam wieder hoch. Die Leute kamen zurück. Und dann kam die Finanzkrise, kam die nächste Desillusionierung. Und dann ging es auch wieder ein bisschen hoch. Und dann kam die Eurokrise. Die Menschen sind zumindest diejenigen, die was auf dem Konto haben, sind massiv verängstigt und desillusioniert, weil eben die Börse die letzten 20 Jahre, 25 Jahre war auch eine beispiellose Achterbahnfahrt. Das muss man sagen. Aber letztlich, wer dabei geblieben wäre, der hat gute Verdienste gemacht. Und unser Fonds zum Beispiel, einer davon, den wir im Frühjahr 2008 aufgelegt haben, der hat jetzt 200 Prozent plus. Aber man muss dabei bleiben. Man muss dabei bleiben und es durchhalten. Und da hilft es natürlich gut, wenn man jemanden hat, der einem beiseite steht und mit Rat und Tat beiseite steht. Aber es hilft nichts. Man muss sich möglichst von diesen Gefühlen freimachen und langfristig strategisch investieren. Ja, und ich glaube, das ist umso wichtiger, gerade wo auch die Mittelschicht, die ja durch diese ausgelöste Pandemie ja besonders hart getroffen ist, nehmen wir die vielen Branchen, hunderttausende Jobs, stehen auf dem Spiel, Existenzen gehen den Bach runter. Und viele halten sich natürlich an den Rettungspaketen fest, in Anführungsstrichen, bitte nicht missverstehen, aber mit die Hoffnung stirbt ja zuletzt, wie man so schön sagt. Aber ich glaube, Hoffnung allein ist kein guter Ratgeber. Wir müssen also im Prinzip einen anderen Weg einschlagen. Und ich schreibe mir auch in dem Buch, auch einer der Ökonomen, Daniel Stelter, mit dem wir ja auch öfters mal ein Video machen, hat mal gesagt, sparen ohne anzukommen. Was würden Sie der Mittelschicht heute empfehlen? Ja, was würden Sie der Mittelschicht heute empfehlen, in dieser besonderen, extremen Situation, damit meine ich die vielen, sehr hohen Selbstständigen, eigentlich das Wirtschaftswunder Deutschland ist ja dieser Zielgruppe des Mittelstandes zu verdanken. Was können Sie aus Ihrer Expertise hier unseren Zuschauern, gerade die Selbstständigen, Mittelständigen mit auf den Weg geben? Wie hält man das durch? Für viele wird es ganz bitter, die werden es nicht durchhalten. Also das ist einfach ein solch brutaler Eingriff und der Mittelstand, auch die Solosalbstständigen sind ja die Leidtragenden dieser Maßnahmen, während Amazon und Co. die Profiteure sind. Jeff Bezos von Amazon ist im letzten Jahr seiner Beteiligung an Amazon und es ist 55 Milliarden Dollar schwerer geworden. Also für viele geht es an die Existenz und wenn es an die Existenz geht, kann ich nur sagen, wieder aufrappen, also ich habe auch ein paar Existenzkrisen in meinem Leben gehabt, zum Glück seit Längerem keine mehr, sondern geht jetzt lange, aber als jener Mensch habe ich schon solche Krisen durchlebt. Es wird Fälle geben, wo das sehr bitter wird. Man muss schauen, es gibt natürlich Geschäftsbereiche, Geschäftsmodelle, die sich neu entwickeln. Was digital unterstützt werden kann, wo man sich digital umstellen kann, ist das sicherlich eine große Hilfe. Also Sie sind ein Beispiel. Wir sind schon länger auch digital. Das können natürlich auch nicht alle machen, aber das Digitale ist ganz wichtig. Das habe ich vor vier oder fünf Jahren gelernt. Vorher auch nicht. Da hatten wir zwar einen YouTube-Kanal, aber irgendwie war Social Media für mich auch ein bisschen was Anrüchiges. Wenn Sie ständig bei den großen Talkshows sitzen, bei ZDF und ARD und von Reportern interviewt werden, von Spiegel und so weiter, dann, ja, was ist dann Social Media? Aber ich habe das wirklich vor vier Jahren verstanden oder vor fünf bei einem Vortrag des Investmentpunks Gerald Hörhaar, der auf meinem Kundenforum war und da auch vorgetragen hat, live und der gesagt hat, ihr braucht Social Media. Und da hat es bei mir Klick gemacht. Also das ist natürlich ganz wichtig für viele. Für alle wird es auch nicht reichen, weil wir natürlich in der neuen Wirtschaft auch so eine Plattformwirtschaft haben. Die Digitalisierung sorgt dafür, dass sich der Erfolg bei immer weniger konzentriert. Man kann seine Nische finden, aber es ist natürlich schwieriger, als in der realen Wirtschaft eine Nische zu finden. Also es wird noch härter. Wer Vermögen hat, der sollte es, wie gesagt, vernünftig anlegen. Auf dem Konto bringt es nichts. Wer sein Unternehmen repositionieren kann, der soll das tun. Manche werden es schaffen, aber für manche wird es echt hart. Ja, das digitale Gold ist das neue Gold, das Gold des neuen Zeitalters. Und das kann eben, wie gesagt, nicht jeder in seinem Geschäft umsetzen. Also ein Metzger oder ein Friseur oder jemand, der eben im handwerklichen Betrieb ist. Da kann sich natürlich und sollte sich sicherlich auch eine Webseite und sicherlich auch gewisse Prozesse im digitalen Bereich zulegen. Aber letztendlich muss das Handwerk letztendlich da gemacht werden, wo es erfordert ist und nicht am PC. Und von daher wird natürlich eine Verteilung der Gesellschaft stattfinden. Eine Umverteilung stattfinden. Gucken wir uns mal einen Friseur an. Also wenn in meinem Eifeldorf, wenn ich sehe die Friseurin, das läuft ganz gut. Aber der würde ich zum Beispiel empfehlen, mach eine Webseite, mach Terminvereinbarung per Webseite. Das geht ja auch von den Kosten her. Und das ist bitter. Setze deine Preise radikal rauf. Du kannst nicht mehr dieselbe Anzahl von Menschen bedienen wie vorher. Du musst teurer werden. Du wirst dadurch vielleicht sogar so gut fahren wie vorher. Das wäre meine Geschäftsstrategie. Und das könnte sogar sehr gut funktionieren. Das ist aber natürlich für die Gesellschaft tödlich. Weil wir, wie gesagt, diesen Zugang zum Digitalen dann voraussetzen und halt die Dienstleistungen auch teurer machen. und das wird aber leider eine Tendenz sein. Und nur so werden einige überleben können. Aber das ist natürlich, was die Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen für die Masse angeht, ist das nicht so gut. Ja, denke ich mal, das wird sicherlich natürlich auch breitenmäßig global Auswirkungen haben. Denn die digitalen Umstellungen werden natürlich dazu führen, dass manche Geschäftsmodelle, die heute noch existieren, nicht mehr da sind, weil sie das Geschäftsmodell in der alten Welt nicht in die digitale neue Welt übertragen können. Man muss sich also neuen Innovationen oder anderen Innovationen öffnen können. Das setzt also ein komplett auch neues Bildungsmanagement voraus. Ja, ein Fortbildungsmanagement in breiten Bereichen. Fängt ja schon in den Schulen oder Kindergärten an. Wie ist da so Ihre Expertise oder Empfehlung für die nächsten zehn Jahre? Sie gehen ja auch teilweise auch in Ihrem Buch auf diese Thematik ein, dass auch da Deutschland in vieler Hinsicht geschlafen hat. Ja, was die Umbausituation der digitalen Welt betrifft. Ja, dass die Prozesse einfach nicht da sind. Wie können wir so etwas wie die Zukunft besser gestalten oder wie können wir bei der nächsten Mutation des Virus besser aufgestellt sein? Das ist ganz schwer. Also ich würde tatsächlich uns wünschen, dass wir in der Schule, meine Kinder haben auch Distanzunterricht. Das ist natürlich wirklich nicht gut. Erstmal geht es auf die Augen, dann ist die Effektivität auch nicht so toll. Also ich bin auch ein Gegner natürlich von Distanzunterricht. Also ich würde mir wünschen, dass wir zunächst einmal die gesetzlichen Rahmenbedingungen finden für die Digitalisierung, dass wir also auch unsere Gesellschaft ein Stück weit erhalten können. Dass wir also im Moment bevorzugen die Gesetze ganz klar Amazon und Co. und die Großen und die Monopolisten oder die Oligopolisten. Und ich würde mir ein regulatorisches Umfeld wünschen, in dem die Digitalisierung vor allem für die Breite und für den Mittelstand genutzt werden kann. Das heißt dann auch strenge Regelung der Großen, Begrenzung von Marktmacht, Unterstützung der Kleinen, Unterstützung der Mittleren. Das würde aber eine aktive Politik voraussetzen und da natürlich Innovation dabei. Das ist klar, da sind wir immer relativ weit hinten gewesen. Aber ich glaube, wenn eine Bundesregierung ihren Spielraum nutzen würde, entschieden, dann könnte man da schon was machen. Tut sie aber nicht. Und so fahren wir mit auf dieser Welle, ohne da wirklich eine Strategie zu haben. Politik gehört dazu, aber Politik ist natürlich auch immer in einer Phase der Kritik. Kritik ist wichtig, sie kann sehr förderlich sein, wenn sie dann auch umgesetzt wird. Wo würden Sie von Ihrer Erfahrung aus sagen, ist die Angela Merkel-Politik, die wir ja nun viele, viele Jahre unter der Kanzlerschaft jetzt erleben, die auch jetzt zu Ende geht. Was war der Kardinalfehler aus Ihrer Situation heraus, aus Ihrer Erfahrung heraus, die Frau Angela Merkel, unsere Bundeskanzlerin für Deutschland, ja gemacht hat? Sie hat mehrere grausame Fehler gemacht. Sie haben ja schon Daniel Stelzer zitiert. Dem kann ich nur beipflichten. Auch einer der wenigen wirklich unabhängigen Ökonomen. Er war Senior Partner an der Boston Consulting Group und ist seit Jahren unabhängig, auch finanziell unabhängig. Ich kann sich da auch dann eben eine unabhängige Stimme erlauben. Also erstmal, Herr Ruppel, weiß ich nicht, ob die Kanzlerschaft von Angela Merkel zu Ende geht. Ich sehe eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass die einen Deal mit Laschet hat, dass Laschet Vorsitzender ist und Merkel weitermacht. Die machen einfach die Situation schlimmer und schlimmer und schlimmer. Irgendwann kommt dann der Ruf, steht irgendein Mütterchen aus der CDU auf, Angela hilf uns und dann ist Angela nochmal gnädig und macht weiter. Also das ist ein Szenario, was ich sehr unschön finde. Ich bin ja CDU-Mitglied, aber das ist nicht ganz vom Tisch. Das ist nicht ganz vom Tisch. Aber Angela Merkel ist natürlich eine Katastrophe für dieses Land. Und die Leute merken es nicht, weil sie so soft daherkommt. Eigentlich nichts sagt. Alles alle einlullt und brutal und eiskalt ihre eigenen Machtinteressen vertritt, ohne Rücksicht auf das Land. Und sie hat so viele Kardinalfehler gemacht. Energiewende, Zerstörung gegen Energiesicherheit. Das geht im Moment übrigens gerade weiter. Wir haben es zugelassen oder werden es zulassen wahrscheinlich, dass wir in der EU die Gasenergie nicht als Übergangsenergie haben, sondern dass die Kernenergie präferiert wird. Wir lassen also zu, dass das, was wir hier abgeschaltet haben, in Frankreich weiterläuft. So pervers ist die Politik, also Energiewende. Dann kam natürlich die fatale Euro-Rettung, die zur Gründung der AfD geführt hat. Dann kam die Flüchtlingspolitik. Jetzt in Corona ist schon die vierte fatale Sache, wobei hier macht sie im Prinzip im Gleichschritt mit den anderen Regierungen der Welt mit. Also da, das ist jetzt nicht Deutschland besonders dumm, sondern genauso dumm wie die anderen. Aber es sind vier, vier katastrophale Fehlentscheidungen für Deutschland. Und das Maß war eigentlich nach der ersten schon voll. Und das große Wunder ist, dass diese Frau sich immer noch hält. Es ist wirklich nicht zu ertragen, aber wir müssen es anscheinend ertragen. Ja, Kanzleramtsminister Braun, so habe ich gelesen, will das Grundgesetz ändern, um mehr Schulden zu ermöglichen. Die Milliardenfrage steht auf der Agenda. Ja, und ja, wenn man die Nettokreditaufnahme des Bundes unter Bundesfinanzminister Olaf Scholz sieht, wie ist Ihre Meinung zu diesem ganzen Thema, gerade wo wir jetzt auch über die Geldpolitik etwas Zeit verwenden wollen? Also da bin ich absolut dafür. Ich habe ja auch im Bundestag gesagt vor einer Anhörung, genau wie Daniel stellte, alle anderen nehmen Schulden auf, bauen dafür Infrastruktur, da machen irgendwas und wir versuchen zu sparen. Und wir haben natürlich die letzten 10, 15 Jahre auch sehr viel Geld eingespart durch die Niedrigzinsen, der Bund hat mehr Einnahmen. Das ging alles in eine verfehlte Migrations- und Sozialpolitik und Euro-Rettung und so weiter. Also meine Idee wäre, dass die Bundesrepublik eine Staatsanleihe von 2 Billionen aufgibt, also sich an dem Schuldenwettlauf aktiv beteiligt. Denn die Schulden, die jetzt in der Welt rumschwirren, sind der größte oder oft Guthaben der Deutschen, Auslandsguthaben. Das kriegen wir nicht zurück, das ist weg. Das sind Guthaben, die weg sind. Aber wenn wir jetzt eine Anleihe aufgeben für 2 Billionen und vielleicht eine Billion in sinnvolle Ausgaben stecken, Polizei, Wissenschaft, Schulen, Infrastruktur und so weiter und eine weitere Billion in einen großen Staatsfonds anlegen mit Aktien, dann haben die anderen unsere Schulden. Denn ein Großteil dieser Schulden wird vom Ausland gehalten werden und wir haben was Reales in der Hand und in kurzer Zeit, wenn die Neuordnung des Geldsystems kommt, dann sind die Schulden eben auf einmal weniger wert und wir haben trotzdem unsere Aktien und unsere realen Ausgaben getätigt. Also die Schuldenbremse klingt gut, aber sie ist eines der schädlichsten Dogmen der deutschen Wirtschaftspolitik der letzten 10 Jahre, weil sich eben die anderen nicht dran halten. Wir sind in einem Wettlauf noch immer mehr Schulden und wer da spart, sprich Guthaben aufhäuft, der wird am Ende ohne die Guthaben dastehen müssen. Ist unschön, ist vielleicht paradox, aber so ist es. Das heißt nochmal für den Anleger Sachwerte. Ja, Sachwerte schlagen die Geldwerte und in dem Zusammenhang ist natürlich auch die Frage bei dieser ganzen Verschuldungslawine, die weiter auf uns zurollt mit der Pandemie. Kurz zwei, drei Sätze dazu. Wie beurteilen Sie das Bankensystem in Deutschland? Stehen wir auch im Hinblick auf die doch zunehmenden Insolvenzen auch vor einem Bankencrash? Ist das Bankensystem in Deutschland gefährdet? In Europa ist das Bankensystem sicher gefährdet. Es wird ja keinen Crash geben, sondern dann werden die Banken gerettet. Mit der Abwicklungsrichtlinie der Europäischen Union können ja auch Spareinlagen herangezogen werden. Gut, da gibt es dann die Anlagensicherung bis 100.000 Euro. Wer weiß, ob das alles hält. Also es wird jetzt keine Massenpleiten von Banken geben, weil der Staat einspringen wird. Er wird sie fusionieren, er wird sie irgendwie retten. Aber es wird natürlich Vermögensverluste geben. Für Anleger oder für Sparer, die also ihr Geld auf dem Sparkonto haben. Von daher, ich kann es Ihnen nicht sagen, was da genau passieren wird. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es keine Massenhaften Bank Pleiten geben wird. Denn das wird man zu verstecken suchen. Dann werden die Pleitebanken eben weitergeschleppt oder fusioniert. Und dann wird es auf Kosten der Anleger saniert. Ja, ich möchte die Gelegenheit noch zuletzt nutzen, mit Ihnen ganz kurz über die Anlagestrategien in Zeiten von Corona zu sprechen. Sie gehen auch in Ihrem Buch darauf ein. Und ich weiß, Sie sind auch ein Profi im Bereich der Sachwerte, gerade was auch Fonds betrifft. Und von daher interessiert mich natürlich auch da Ihre Expertise, aktives, passives Management. Ich sehe zum Beispiel einen wahnsinnigen Hype mit ETFs und auch mit Bitcoin, also Kryptowährungen. Und da lassen Sie uns auch mal ganz kurz darüber sprechen, was Sie persönlich auch davon halten, wenn es auch um Vermögenserhalt geht, wenn es um neuen Vermögensaufbau seriös geht. Was ist davon zu halten? ETF und Bitcoin. Ja, ich habe gerade, machen wir als zweite zuerst, ich habe gerade eine Kolumne beendet für ein Finanzmagazin, die neuen Zockerblasen an der Börse, die neuen Zocks. Also wir sind in unsicheren Zeiten und dann stürzen sich die Spekulanten schon mal auf solche Zocks, also wie zum Beispiel Bitcoin. Ich persönlich bin kein Bitcoin-Freund. Es gibt viele Fans und ich kriege da noch immer empörte Zuschriften, aber ich lasse meine Finger davon, weil ich nicht weiß, ob nicht in fünf Jahren oder in drei Jahren mit Quantencomputing die ganzen Codes doch entschlüsselt werden. Also für mich ist es einfach nichts. Und man kann auch von Sachen die Finger lassen. Ich gönne jedem seine Gewinne. Es gibt schon Börsengänge, die wahnsinnig teuer werden, wie Airbnb und so weiter. Also das sind Sachen, wo schon erste Blüten da sind. Aber grundsätzlich sind wir nach wie vor sehr bullish für Aktien. Jetzt die Frage ETF. ETF, das ist ein Hype. Die Story ist auch verkürzt. Das ist ein Marketing-Gag. Natürlich kann man einen ETF auf den Weltindex oder auf den MSCI oder auf welchen, auf einen großen Index machen. Als Ergänzung oder auch als Basis. Nur da muss man sich genauso intensiv mit beschäftigen, wie mit einem Aktienfonds, weil das Kleingedruckte eben oftmals dann das Wahre ist. Dann sind dann doch Derivate drin. Dann sind es synthetische ETFs, also keine replizierenden. Oder es gibt sonst irgendwelche Bedingungen in diesen langen Vertragsbedingungen. Also es ist nicht so einfach, wie es aussieht. Dann haben wir auch auf der anderen Seite sehr viele Indizes. Sie haben mehr Indizes als Einzelwerte. Das heißt, es gibt sehr spezielle ETFs, die man da noch schwerer durchschaut. Also wenn einen voll replizierenden ETF auf einen großen Index, selbst da haben wir ein Problem. Der MSCI World ist zum Beispiel sehr US-lastig. Der ist jetzt die letzten zehn Jahre super gelaufen. Also ist er auch natürlich in den Welt-ETFs sehr stark drin. Wenn aber da jetzt mal irgendwann der Trendbruch kommt, dann stürzen diese ETFs auch ab. Also ja, kann man machen, aber sind keinesfalls die Geheimwaff und sind auch letztlich nicht einfacher als aktive Fonds. Sie sind oftmals etwas billiger, auch nicht immer, weil teilweise Kosten versteckt sind. Also auch da muss man sehr differenziert rangehen. Also Vermögensaufbau mit den Sachwerten ist auch meine Mission. Wie gesagt, seit vielen Jahren gehören die Aktien, die Fonds dazu. Aber das aktive Management überwiegt im Hinblick auf mehr Analysten, mehr Transparenz. Und wir haben ja gesehen, die Börse, als Corona-Crash kam, haben sich relativ wieder schnell erholt. Und all die, die in Panik die Börse verlassen haben und ausgestiegen sind, haben schmerzvolle Verluste hinnehmen müssen. Und das Spiel erholt sich ja auch immer wieder, das Spiel. Ja, weil die Angst natürlich, die neue Neurose bei den Menschen sehr stark vorhanden ist, den Vermögensaufbau damit nicht zu schaffen, sondern genau das Gegenteil zu bewirken. Man steigt zum falschen Zeitpunkt aus und steigt zum falschen Zeitpunkt ein. Obwohl, es gibt eigentlich, glaube ich, gar keinen falschen Zeitpunkt an Börse. Wir haben gekauft, ich war bei Institut für Money online am 1. April, dass wir voll investiert sind, das war kein April-Scherz. Ich habe es am 2. April noch mal wiederholt, am 3. noch mal. Also Sie können das im Internet auch finden. Also ich habe wirklich sehr deutlich gesagt, Anfang April, wir sind voll drin, wir geben Vollgas. Und das hat sich sehr gut ausgezahlt. Aber dazu brauchen Sie halt auch ein bisschen Erfahrung. Das kann ein ETF nicht. Ja, und ich glaube auch, wir brauchen die Botschaft für unsere Zuschauer, das Vermögensaufbau mindestens 10 Jahre und länger zu sehen ist. Würden Sie dem beipflichten können oder würden Sie sogar sagen 20 Jahre und länger? Ja, je länger, desto besser. Also das Mindest würde ich sogar runtersetzen. Ab 5 Jahre kann man schon mal, also wenn es nicht ganz schief läuft, müsste es eigentlich gut laufen. Nicht in jedem Fall, aber in den meisten Fällen. Aber 10 Jahre sind natürlich besser als 5 und 20 sind besser als 10. Genau, und Zeit heilt ja alle Wunden. Das soll eigentlich auch unsere Message sein für unsere Zuschauer, dass wir die Krise als Chance auch verstehen, auch wenn sie hart ist, wenn sie wehtut, wenn sie Existenzen kostet. Aber es entstehen auch wieder neue Existenzen, es entstehen auch wieder neue Unternehmen. Und die sich auf die Veränderungen jetzt auch mit dem Team der Finanzpolitik, mit der Geldpolitik mehr auseinandersetzen, die werden auch sicherlich eher die Chance haben, für mein Dafürhalten aus der Krise die Chance für sich in Wahr zu nehmen. Und von daher muss ich nochmal ganz, ganz großes Danke sagen. Also ich habe es spannend, ja schon nicht in aller Nacht durchgelesen, das ist schon ein bisschen mehr. Aber ich finde es toll, dass Sie diese 99 Antworten, auf deutsch gesagt mal, relativ einfach zusammengetragen haben in diesem Buch. Und ich kann es eigentlich nur jedem empfehlen, Dr. Max Rotte, wirklich beim Wort mal zu nehmen und sich dieses Buch wirklich mal durchzulesen. Und das ist auch so etwas, was mir natürlich am Herzen liegt, denn Sie sind ja auch einer unserer Gäste auf unserem YouTube-Kanal. Wir wollen einfach in Deutschland die finanzielle Bildung nach vorne bringen. Das Vermögen muss aufgebaut werden, das Vermögen muss geschützt werden. Und wir können nicht zu einem Sozialstaat werden nur. Wir sind ja die Ärmsten in der Eurozone, das darf man nie vergessen. Die Italiener haben das dreifache Haushaltsvermögen der Deutschen. Genau. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Dr. Max Rotte. Und ich freue mich, wenn wir bald wieder mal auf Sendung sind. Haben Sie vielleicht für unsere Zuschauer noch eine Botschaft, ein letztes Schlusswort für das kommende Jahr 2021, gerade in dieser besonders für uns alle besonderen Zeit? Lassen Sie sich nicht unterkriegen. Denken Sie nicht nur ans Geld, an die Geldbörse. Denken Sie auch ans Sozialkapital. Auch gerade unter den Bedingungen des Lockdowns vernachlässigen Sie Ihre Freundschaften nicht. Bleiben Sie gesund an Körper und vor allem an Seele. Ja, wunderbar. Schließe ich mich gerne an und das wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie natürlich auch. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie uns erhalten. Und wir freuen uns sehr, wenn Sie bald wieder mal bei uns sind und wir unseren Zuschauern neue Impulse geben können. Herzlichen, herzlichen Dank. Sehr gerne. Wiedersehen. Liebe YouTube-Freunde, ich hoffe, das Video hat euch einige neue Impulse gegeben und ich kann wirklich jedem ans Herz legen, sich mit dem Thema, was ich gerade hier in dem Video mit Prof. Dr. Max Rotte kurz angesprochen habe, mehr auseinanderzusetzen, nämlich die Krise als Chance wirklich zu verstehen. Und hier findet man wirklich eine Menge Antworten drin. Und die brauchen wir alle heutzutage. Und wenn es um den Vermögensaufbau und auch letztendlich um den Vermögensschutz geht, dann ist jeder da draußen, jeder da draußen, ob mit kleinem oder großem Einkommen oder Vermögen, gefordert, in dieser heutigen für uns aller besonderen Zeit die richtigen Weichen zu stellen. Und Krisen waren immer schon Chancen, denn in den Krisen wurden auch die meisten Vermögen auch in der Vergangenheit geschaffen. Und dazu sind alle herzlich eingeladen, sich dafür näher zu engagieren. Also, wenn das Video gefallen hat, teilt es bitte, liked es. Und wer den Kanal noch nicht abonniert hat, abonniert ihn am besten jetzt gleich. Und für die, die mehr zum Thema Vermögensaufbau und Vermögensschutz wissen möchten, die können sich auch gerne hier unter dem Video zum Erstgespräch mal anmelden, kostenfrei. Und wir schauen auch, wie man eben den Null- und den Strafzinsen, den Minuszinsen, ja, in Schnippchen schlagen kann und doch noch in Zeiten, ja, auch wie diesen Vermögen aufbaut. Das funktioniert. Aber dazu gerne mehr im Erstgespräch. Alles Gute, Ihr Klaus Hoppe. Vielen Dank.